Wie kann man es wagen, auf so einem Planeten zu bleiben? Als wenn ihr so ein Venator kreutzt, ist mir... Ich denke, den Harbour zur Tscheche Imperium schon ausgeschlachtet haben, wahrscheinlich. Ich denke, den Harbour zu gehen. was hast du ja das ich habe nach unten Ah ha ok Whatever I can do Medic Sanitator Neues Poncho Seht irgendwie stylisch aus Ich weiß nicht passt Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Hä Wie gehts dir BD1 Gut Schreit mich Ich kann das Ding einfach wieder dazumachen. Was kann ich jetzt damit tun? Oben scheint irgendetwas zu sein, es scheint ein Reißzeug, da komme ich nicht hin. Hm. Hey. Irgendwas muss ich verpasst haben. Aber was soll ich verpasst? Hm. 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 Aha. Texturenfehler, Bia. Ich weiß nicht, ob hier in dieser Brüll rumschwimmen würde, Kerl. Also weil dieses Scherz mit Kern, Kern, Kraft, Kern, Reaktor, Kraft, die Dingsbums läuft. Radiative Strahlung wäre da. Ich muss da hoch irgendwie. Wie? Wie komme ich da hoch? Das ist ja die Frage. Ich bezahle mich, dass da kein Jedi hochkommt, das bezahle mich. Ich bin zufrieden für ihn. Ja. Upsal Fetuch Was kann ich mit dem hässlichen Dingern machen? Da komm ich rein, wie krieg ich das aus? Will mal hin, weiß man gar nicht Die Bewohner haben das Denkmal für die Klone auf dem Venator gebaut Ja, wenn die wüssten Denkmal, der Helm, ein Sturmtruppdorf Ah ne Ein von den Topfwunden errichtet das Denkmal Zu Ehren der gefangenen Klone des Venators Die gesamte Galaxis hält die Jedi für Verräte Und nur wenige kennen die Wahrheit Aha Ah, hier Arschlecken Siehst du Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge Öh Uff Der Tunnel war überflutet Wie konnte es dazu kommen? Ein durch Ein, ne Durch plötzlich Plötzliche Katastrophe Ausgerüstete Flutwille Hat die Kreaturen In diesem Gang getötet Der Tue sieht immer so wie ein Mensch Das ist einer von den Zepho Das bezweifle ich Das ist einer von den Zepho ist Der da flackert Den denn 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 Dir riecht es nach kaltem Öl Hm Schön Nein Kumpel, nicht du Es ist das Wasser Öh Gut dann Machen wir mal ein Speicherding Und wir haben noch ein Fähigkeitspunkt Aber wir können es vergessen Gibt noch eine Fähigkeit, weil ich sehe ja nochmal so ein paar Fähigkeiten, die ich noch nicht bekomme. Kerl regeneriert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Das ist nicht schlecht, aber ich hätte... Gesundheit wäre nicht... Ja, Gesundheit, ne gut, brauche ich hier diesen Modus sowieso nicht, irgendwie kann ich weiß nicht. Boah, das wird da gar nicht erhöht, nur so ein paar Zentimeter. Nein, nein, ich... Warum denn immer noch auf diesem Planeten? Oh, ich will hier nicht, ich will hier nicht bleiben. Ich habe hier so ein Planeten schon. Gebäuderüstung, immer alle Gebä... Ach nee, Grabausrüstung, dem Staub nach zu urteilen, liegt sie schon sehr lang hier. Hey, BD1. Boop, boop. Ähm, okay, leider gehört schon. Oh, das ist so... Aha. So ein Teufel. haben die nicht gehört ich bin so still wie eine ich bin so still wie eine Amsel da kannten wir aber auch wenn unterwegs was soll das denn ich hätte da die Wand gemusst ich werde deine Verteidigung durchbrechen. Du hast gar nichts zu brechen. Deine Verteidigung durchbrechen, mein Freund. Freundchen, Freundchen. Geh weg, geh weg. Haken. Ich muss es benutzen. Näh, du schmutziger Kleiner. Du schmutziger Jedi. Na gut. Was ist es? Ich schüttere Material. Aha. Das ist gut. Okay, das ist nicht gut. Glaube ich. Okay, da vielleicht nicht auf der Knopf stehen soll. Und da hat das so lang gedauert? Willst du mich verarschen? Es darf einem Einsturz. Imperiale Grabungen machen die Tunnel instabil. Übrigens, ein Sturmtruppler erstarb beim Einschluss des Gangs, der durch die Grabungen des Imperiums ausgelöst wurde. Hä? Dafür hat er so lang gebraucht. Mit dieser Strecke jetzt zurückzufahren? Was ist das für ein langsamer Fast-Tool? Ah, ich hab Angst. Hä? Wow. Wow. Wirklich geil. Ah ah. Ich will auch nur wieder nach oben. Und ich will nicht nach oben. Eigentlich will ich nach oben. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, aber ich muss ja sein. Ich will nur irgendwas wissen. Ich wollte gerade runterschmeißen. Oh, der Kantenmann, er war auch hier wieder aktiv. Aktiv. Eiei, hochweg dann schon hin. Die Kamera. Und fliege es. Oh nein. Ich treffe ihn nicht. Du kannst uns nicht alle auffallen. Holt ihn euch einfach. Endlich. Und ich will nicht. Holt da. Ich habe mich gegen mich, Jedi. Ich habe dich verletzt. Ich bin ein bisschen Spaß. Hey, komm. Komm, du... Das ist ein Jedi. Ich werde dich ausbluten lassen. Ich werde dich ausbluten lassen. Ich werde dich aufbluten lassen. Komm, Jedi. Kämpfe! Endlich! Du wirst hier sterben. Alter, sind die heftig. Hahaha, Scheißdreck. Scheiße, sind die heftig, die Typen. Ein ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Aha. Ein Werkzeug, das an der Arbeit angesichts seiner Bergbegeisterung über einen Rasen... Ne... Rätselhaften Fund während der Ausgrabung zurückgelassen hat. Offenbar hatte er gefunden, wonach er gesucht hat. Bist du für ein Vogel? Wie ist das, Mann? Elektrostab-Ausstellungs-Truppler. Uff, uff, uff. Schwere Angriffstruppler... Naja, interessant, interessant, das Ding. Oh, okay. Was ist das, BD1? Das neue Skin erhalten. Hm. BD1! Abkürzung. Ah, auf welcher Seite befinde ich mich jetzt hier? Okay, dann sind die Kollegen und ist der Fahrstuhl davon, der kommt nicht mehr runter. Schönes Ding. Ich versteh das nicht, warum respawn da die Gegner... Irgendwie dumm. No, jetzt stimmt's besser. Ich versteh nicht was. Drei Mal im Linn. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Arsch. Kommt. Wir kommen. Das war's. Dass sie frei ist. Ich bin sicher. Das war's. Schwere Angriff. Das war's. Das war's. cuz ich bin sicher.